Fimadema, guten Tag! Guten Tag, die DEMA-DEMA-DEMA. Wie kannst du dir helfen? Sie haben DEMA-DEMA-DEMA-DEMA. Wie kannst du dir helfen? Ja, ich würde DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA-DEMA. Seit mehr als 30 Jahren ist die DEMA GmbH und Co. KG der Spezialist für den Ankauf, die Aufbereitung sowie den weltweiten Verkauf von Nutzfahrzeugen aller Art. Ioannis Deligianis, Inhaber der heutigen DEMA GmbH & Co. KG, begann bereits 1984 mit dem An- und Verkauf gebrauchter Nutzfahrzeuge. Durch kontinuierlichen Ausbau seines Fachwissens und seines Kontaktnetzwerkes ist es ihm als Einzelunternehmer bereits damals gelungen, ein florierender Nutzfahrzeughandel zu betreiben. Seitdem ist der Sitz des Familienunternehmens in Mannheim und agiert seit 1997 unter dem Namen DEMA. Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung wurden 2007 neue, moderne Räumlichkeiten in der Divinierstraße erbaut und Anfang 2008 bezogen. Auf einer 18.000 Quadratmeter großen Gewerbefläche finden Sie ein ständig wechselndes Angebot verschiedener LKW, Anhänger, Auflieger, Transporter und sonstiger Nutzfahrzeuge aller Marken. Ein Team von rund 50 qualifizierten Mitarbeitern sorgt engagiert für einwandfreie Qualität und Zuverlässigkeit. Durch ständige Weiterbildung, profundes Produktwissen sowie Kenntnisse der aktuellen technischen Standards bietet das Unternehmen in allen Bereichen hohe Qualifikation und Kompetenz. Die Fähigkeit schnell auf Veränderungen im Gebrauchtwagenmarkt reagieren zu können ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. Die zentrale Rolle spielt hierbei die Einkaufsabteilung, bestehend aus erfahrenen, international spezialisierten Mitarbeitern mit einem Kontaktnetzwerk von mehr als 40.000 Kunden und Lieferanten weltweit. Durch die auf den neuesten Stand ausgestattete Meisterwerkstatt ist das Unternehmen in der Lage, alle Fahrzeuge zu überprüfen und in technisch einwandfreien Zustand anbieten zu können. Ergänzt wird dies durch ein Servicebereich, in dem die Fahrzeuge in mehreren Schritten professionell aufbereitet werden. Eine hochmoderne Lkw-Waschstraße mit eigens geschultem Personal kompletiert das Angebot. Bestens vertraut mit den Anforderungen des Alltags verfügt die DEMA GmbH und Co. KG über das nötige Know-how, um die hohen und oft komplexen Ansprüche des internationalen Kundenstammes zuverlässig und reibungslos zu erfüllen. Ein internationales Team kann die Leistung in insgesamt 15 Fremdsprachen anbieten. Vom Erstkontakt über die Erstellung von Ausfuhrdokumenten bis hin zur Übergabe des Fahrzeuges sind die Verkaufsmitarbeiter professionelle Betreuer ihrer Kunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017